Heute ist Zeit für die finstere Welt, denn wir öffnen heute dreimal das Dark World Structure Deck und bauen damit ein Deck für 30 Euro. Da ist einmal das Structure Deck Dark World, das Dark World Structure Deck, das ist das Reload Structure Deck von dem letzten, was wir bekommen haben 2006 oder so, oder 2007, also echt eine Weile her. Wir machen das einmal auf und die anderen weiteren und dann bauen wir damit einmal ein Deck. Ich habe da richtig Bock drauf, denn ich glaube, das ist ein sehr, sehr cooles Structure Deck. Das Deck, was wir mitbauen können, ist jetzt nicht das kompetitivste im aktuellen Format, aber es ist ein sehr cooles Deck und die neuen Supportkarten für das Deckthema sind unglaublich gut. Wenn ihr jetzt denkt, boah Dark World, richtig cooles Deck, hätte ich ja auch gern, dann habe ich eine gute Nachricht für euch. Und in der Videobeschreibung ist der Link zu Best Collect, meinem Sponsor für das heutige Video, der mir aber netterweise dir zur Verfügung gestellt hat. Und die könnt ihr da logischerweise auch einmal kaufen. Also springt rein, kauft bei den Jungs ein bisschen ein und holt euch eure eigenen Structure Decks. Springen wir also einmal rein in die Structure Decks. Ich würde sagen, wir machen eins davon auf, damit ihr mal sehen könnt, was in dem Structure Decks für drin ist. Und dann bauen wir daraus einmal ein Deck mit drei davon. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum ihr drei davon braucht, um halt ein Deck zu bauen, ist es halt so, dass ihr die guten Karten in der Regel dreimal spielen wollt. Die meisten Structure Decks haben halt nur eine Karte von drin, deswegen brauchen wir drei, um halt für 30 Euro dieses Deck zu bauen. Also, let's go. Das Dark World Structure Deck. Ich finde optisch wieder ein sehr cooles Bossmonster. Die Dark World Monster waren schon immer sehr, sehr cool. Was hier drin ist, sehen wir auf der Rückseite. Das sind hier immer die Highlight Karten. Hier ist die Deckliste, was genau alles drin ist. Wir werden uns die jetzt sowieso einmal angucken. Also wie ich sage, machen wir es einmal auf. Tipp von mir, wenn ihr die auch machen wollt, immer hier unten. Dann bekommt ihr ein Deck, logischerweise. Und eine Spielmatte. Äh, falsch schon. Und auf der Spielmatte ist einmal Graffer drauf. Unglaublich cool. Das neue Monster, was keiner spielen wird. Und das neue Monster, was wahrscheinlich nicht nur in Dark World gespielt werden wird. Cool, cool. Und hier hinten habt ihr so einen kleinen Combo-Guide, falls ihr nicht wisst, wie das Deck funktioniert. Und da sind so Karten, die man mit dem Deck theoretisch spielen kann. Ultimans-Glair auf jeden Fall wird das Deck ultra notwendig. Nicht by the way. Dann springen wir doch mal rein. Machen wir das einmal auf. Und hier ist es einmal das Structure Deck. Wir fangen einmal mit der neuen Karte an. Die hier ist sehr, sehr cool. Ihr habt die Möglichkeit, mit der, wenn die abgeworfen wird, ein Level 5 oder höher Dark World Monster suchen. Und das ist nicht von uns für Türen. Und die kann sich vom Türen spezial beschwören, indem ihr ein Dark World Monster, Level 7 oder niedriger, von eurem Feld wieder auf die Hand zurückgebt. Das heißt, das ist einmal die erste Karte. Was ganz cool ist. Und wenn ein Dark World Monster auch mitgelegt wird, oder so ein Pied Monster, dann können wir eine Karte abwerfen und nochmal zwei Karten ziehen. Das ist also ziemlich cool. Ist wieder aber auf uns für Türen. Und wir müssen für den ersten Effekt leider einen Monster konsolieren, weil wenn ihr keine Dark World Monster habt, könnt ihr auch keine Dark World Monster pushen. Ich finde die Optischung ist sehr, sehr schön. Dann haben wir das neue Boss Monster. Der heißt witzigerweise auch Graffa. Graffa, das Boss Monster. Oh, guck mal, wie schön der Glitzer. Ist der nicht? Wunderhübsch. Eine unglaublich coole Karte, für alle, die nicht wissen, was die Karte tut. Die hat zwei Fähigkeiten. Wenn der Gegner einen Monster-Effekt aktiviert, oder eine normale Zauberkarte, können wir den Effekt umschreiben. Zum Effekt, der sagt, der Gegner wirft eine Karte ab. Also der Gegner sind in dem Fall wir. Das heißt, wir wirft eine Karte ab. Die ganzen Dark World Monster, für alle, die es nicht wissen, die haben einen Effekt. Wenn die abgeworfen werden durch Karten-Effekte, heißt der kann die quasi triggern. Und das ist dann durch den gegnerischen Karten-Effekt getriggert worden. Und dann kriegen wir unsere ganzen Dark World Monster nochmal extra Effekte, was ziemlich cool ist. Und der zweite Effekt ist der, wenn die das Feld verlässt, dann können wir uns einen Graffa, also den originalen Graffa, vom Vanish-Pile oder vom Friedhof Spezial beschwören, was halt ziemlich cool ist. Hier haben wir einmal hier Amtsantritt der finsteren Welt. Das ist einmal die Fusions-Zauberkarte, um das Ding zu beschwören. Die ist an sich auch ziemlich cool, die hat auch zwei Effekte. Ihr könnt, wenn ihr mit der Fusions-Beschwör hat, das ist by the way eine Schnell-Zauberkarte, also eine sehr gute Karte, könnt ihr anstatt Fusions-Materialien vom Feld oder von Hand zu benutzen, auch Monster vom Friedhof-Bändischen, vom Feld-Bändischen oder von der Hand abwerfen. Heißt, die würde auch eure ganzen Dark World Monster triggern, was sehr, sehr cool ist. Haben wir einmal Genta, Torhüter der finsteren Welt. Die ist auch sehr, sehr stark. Ist eines der besten Support-Monster, die wir bekommen haben. Denn wenn wir die Karte von Hand nehmen und die abwerfen, können wir uns die Spielfeld-Zauberkarte suchen, was ziemlich gut ist. Und wenn die verwandt wird vom Friedhof, dann können wir die Spezialbeschwören, einmal pro Spielzug. Die ist leider auch Monster-Beturn. Es ist schade, dass die Legacy von Dark World so ein bisschen vergessener geraten ist, aber hey, ist hier ein Monster-Beturn. Haben wir einmal Pal, Einsicht in der finsteren Welt. Der Effekt von der Karte ist an sich auch gar nicht so kacke. Es wird nur nicht so oft auftreten. Deswegen werden wir über die jetzt nicht sprechen. Die werden wir auch in den Final-Belden spielen. Deswegen ist der Effekt erstmal nicht ganz so relevant. Aber leset ihr euch gerne durch, denn hier fehlt der Effekt. Viel Spaß dabei. Dann haben wir einmal Bestrafung der finsteren Welt. Eine Counter-Trap, die eine Beschwörung anlieren kann. Und dann können wir eine Karte diskaten. Das ist eine sehr gute Karte und eine sehr hübsche Karte, wenn ihr mich fragt. Mal gucken, ob wir die im Final-Bild spielen. Vielleicht einmal. Haben wir einmal den Oberherr der finsteren Welt. Den werden wir nicht spielen. Lucent werden wir auch nicht spielen. Dann Latium, den werden wir auch nicht spielen. Gold, den könnte man theoretisch spielen. Wenn man wirklich alles auf Ghost-Second auslegt, wenn man immer mehr Monster ausfällt kriegt. Aber er ist eigentlich nicht wert für den zu spielen, weil die anderen Karten einfach besser sind. Nämlich Silver zum Beispiel. Das ist ein bisschen die Karte, die ihr auf eurer Hand halten wolltet. Für den gegnerischen Spielzug. Mit dem Graffer hier. Mit dem hier. Damit wir den durch den gegnerischen Karten-Effekt abwerfen können. Denn dann kann der zwei Karten von der gegnerischen Hand ins Deck zurück müssen. Also unter das Deck legen. Also ziemlich gute Karte. Dann Bron. Die Namen sind von Dark World immer ziemlich geil. Dann Beige. Eine sehr gute Karte. Nur leider nicht für das 30 Euro Deck. Weil wir keine Karten da haben, mit denen wir ins Eckseleck gehen können. Na, schade. Dann haben wir einmal Bro. Jäger der finsteren Welt. Eine sehr gute Karte. Die zieht eine Karte, wenn die abgeworfen wird. Das ist sehr, sehr gut. Ska. Eher nicht so relevant für uns. Kaki. Auch ehrlich so relevant für uns. Gren. Auch nicht so relevant. Interessant. Chiroli. Ist eine sehr interessante Karte. Denn wenn die abgeworfen wird. Können wir die auf die gegnerische Seite. Ich habe es schon. Und dann zwingen wir uns dazu eine Karte abzuwerfen. Was ziemlich gut ist. Weil das dann ein gegnerischer Karten-Effekt ist. Und dann triggert wieder das Silver. Und dann sagt wieder zwei Karten. Ab ins Deck. Dann Zudel. Das neue Monster mit 1800. Cooles Monster. Wird im Deck aber nicht vorkommen. Dann Rengue. Der war mit den großen Händen. Auch der wird nicht vorkommen. Weil der hat einen dicken Booty. Dann Danger Bigfoot. Ich finde es immer noch krass, dass der hier drin ist. Weil es halt eine sehr gute Karte ist. Also krasser Reprint auf jeden Fall. Die als Kammer zu sehen ist sehr wild. Genauso wie den Danger Donnervogel. Danger Mothman. Auch ein sehr cooler Reprint. Und Danger Chukunoko. Chukunoko. Tsuchinoko. So weiß die Karte. Mein Gott. Tsuchinoko. Sehr cool. In dem Deck wieder ähnlich. Wir haben nicht viel, was wir ins Ex-Tech machen können. Außer den Graffer. Deswegen werden wir die auch nicht spielen. Aber an sich. Wenn ihr das Deck mit ein paar Ex-Tech-Karten spielt. Spielt ihr auf jeden Fall. Ist eine sehr gute Karte. Dann haben wir einmal Lilith. Normalsammer für das Deck. Genauso wie der sagenhafte Rabe. Auch ein Normalsammer für das Deck. Aber eigentlich nicht gut genug. Den absoluten König Düsenjet. Jetzt wird es schwierig mit der Aussprache. Der ist ganz cool. Wenn wir das Deck sehr Trap-Heavy spielen möchten. Werde ich wahrscheinlich aber nicht machen. Dann Geschäfte mit der finsteren Welt. Coole Karte. Ihr zieht eine Karte. Der Gegner auch. Werft eine Karte ab. An sich eine gute Karte. Natürlich im aktuellen Format. Ein bisschen kritisch. Aber wir werden die Karte wahrscheinlich trotzdem brauchen. Haben wir einmal Ansturm der finsteren Welt. Die Karte ist ganz witzig. Nur in dem Deckbild für die 30 Euro ist der nicht ganz so geil. Weil wir das nicht so oft schickern können. Dann Zugang zur finsteren Welt. Coole Karte. Werden wir bei allen Dingen spielen. Blitzgewirrter der finsteren Welt. Wäre theoretisch eine Go-Second-Option. Falls wir das ein bisschen mehr Second ausbauen möchten. Ins Grab hinabziehen. Optisch sehr coole Karte. Für alle die die Karte nicht kennen. Das ist das Ding was von Call-By-The-Brave quasi gecallt wird. Sehr cool auf jeden Fall. Haben wir Kartenzerstörung. Eine sehr mächtige Karte. Haben wir die Kräfte der Finsternis. Ja, die kann halt zwei Dark-Monster zurück auf die Hand nehmen. Aber die ist halt einfach zu langsam. Weil die einfach leider eine Trap ist. Dann Gehirnmische der finsteren Welt. Wenn ihr mehr Trap-Hefy spielen möchtet. Mehr Control. Ist das eine sehr gute Option. Aber wir gehen mehr auf Mumum. Deswegen spielen wir die jetzt nachher nicht mehr. Dunkler Nebel. Auch eine sehr schöne Karte. Wenn ihr mich fragt. Ist so ein schöner angelegt. Hier ist einmal dann anderes Monster drauf. Das ist nämlich auch Gold. Und das ist dann einmal Raiko. Und das ist auch Raiko. Das ist halt der Twilight Zone. Und das ist halt der Light Zone. Das ist ganz cool eigentlich. Dann Geistersetzung. Eine sehr coole Karte damals gewesen. Mittlerweile ein bisschen genervt. Deswegen nicht mehr ganz so geil. Dann Deckbewüstungsvirus. Cooler Reprints. Für unsere Deck leider nicht ganz so auslagekräftig. Weil das für wieder ein Trap ist. Ein bisschen langsam. Aber wenn ihr halt ein Tatic baut. Ist das eine sehr gute Karte. Dann Mishus. Ähnliches Beispiel. Ist eine Trap-Karte. Aber an sich eine sehr gute Karte. Denn die triggert auch die Dark-Bot-Monster. Und hier haben wir einmal Skilldrain als Kamen. Sieht einfach komisch aus. Aber das ist Skilldrain. Coole Karte. Ein bisschen die Wing Condition. Haben wir ganz am Ende. Warum machen wir jetzt am Ende? Nochmal Grafa. Das alte Boss-Monster. Ist ein sehr gutes Monster. Haben wir noch einmal Snow. Die Karte sucht jede Dark-World-Karte. Also sehr, sehr krass. Und dann einmal die Tore der finsteren Welt. Und das war es schon. Mit dem Structure Deck. Spielt Master Duel. Wuuu. 7. Duel Links könnt ihr auch spielen. Und ihr könnt auch meinetwegen Technik Masters kaufen. Warum man das jetzt noch machen sollte. Keine Ahnung. Denn das Deck ist tot. Weil wir Eschise bekommen haben. Okay. Dann würde ich sagen. Springen wir mal ganz kurz rüber. Zum Deck-Profile. So. In dem Deck spielen wir dreimal dieses nette Boss-Monster hier. Ich habe ja gerade schon erklärt gehabt. Die Karte ist an sich insane. Die sucht was. Die Specialty selber. Und die ist auch Teil von der einzigen Kombo in dem Deck. Die an sich konstant Viable ist. Das ist zwei Karten-Kombo. Die euch zwei Karten in die Hand gibt. Die random sind. Und halt ein Search für den Graffa. Ist auf jeden Fall eine Karte, die man spielen sollte. Auch definitiv auf drei. Weil es eine sehr gute Karte ist. Dann kommen wir zum nächsten Three-Off. Und das ist einmal Genta. Und Genta sucht uns einmal die Field-Speal. Und das ist eigentlich alles, was wir wollen. Wir wollen die Field-Speal haben. Und deshalb ist der gut. Und der ist ein Free-Special-Summon. Und der sorgt für die zwei Karten-Kombo. Dass wir hier logischerweise auch dann Karten ziehen können. Deswegen ist der auf jeden Fall super valuable. Brawl spielen wir dreimal. Die Karte sucht auf Discard nichts. Aber die lässt uns eine Karte ziehen. Die Karte, die wir suchen können, ist einmal Snow. Die legen wir mal im E-Mail drüber. Das ist eine der wichtigsten Karten in dem Deck. Neben den ganzen Enneblern. Denn die Karte kann jede Dark-World-Karte aus dem Deck-Thema suchen. Auch sich selbst übrigens. Also ganz, ganz wichtiger Effekt. Was wäre ein Dark-World-Deck ohne den Drachenherrscher der finsteren Welt? Da ist Grafa. Wir spielen den auch dreimal. Denn ich möchte eigentlich immer ein Such-Target haben für das andere große Monster. Und ich möchte halt immer einen Discard haben, der was zerstören kann. Und mit dem ich halt Fusions zerstören kann. Und da ist der halt super wichtig. Dann spielen wir zweimal Silver, den Kriegsfürsten. Man könnte den theoretisch auch dreimal spielen. Aber eigentlich braucht die nur zweimal. Wenn wir mit dem Extra-Deck spielen könnten, wäre der halt insane. Aber leider haben wir kein Extra-Deck außer unseren Grafa. Deswegen spielen wir den nur zweimal. Weil wir den für den Discard-Effekt haben möchten, dass wir von Gegner-Karten wegnehmen können. Dafür ist logischerweise diese Karte hier ganz wichtig. Das ist einmal Chiroli. Die spielen wir auch nur einmal. Denn wir können ihn theoretisch mehrfach triggern. Wenn wir das halt anstellen können. Aber er ist in der Theorie halt ein Brick. Und ich wollte nicht in meinem Deck noch mehr Brick spielen, als ich eh schon habe. Weil die Heile Monster in der Regel ja alle Bricks sind. Deshalb nur einen davon, weil der halt gar nichts erkomplischt. Wenn wir halt nichts in der Hand haben. Deswegen spielen wir den halt einmal. Und die beiden zweimal. Ich würde immer zwei davon spielen, weil wir auf jeden Fall einen davon irgendwo im Cycle haben müssen. Dass wir den auf jeden Fall irgendwie auf die Hand bekommen. Dann kommen wir zu Dangers. Wir spielen dreimal Mothman. An sich kollidieren die Dangers mit den... Da kommen wir uns noch so ein bisschen. Weil wir eigentlich eher entscheiden möchten, was für das Karten und was nicht. Aber die extra Drop Power durch die Karten ist so valuable, dass ich es für trotzdem spiele. Das ist der Beste von Dangers jetzt für diese Variante. Weil wir halt keinen extra Deck haben. Dann spielen wir noch zweimal Bigfoot und einmal den Donnervogel. Einfach weil das große Münster sind. Und wir spielen halt Skill Rain in dem Deck. Spoiler. Und das sind halt die größten Monsters, die man spielen kann. Man könnte theoretisch auch drei Bigfoot spielen. Aber ich möchte halt einen, sagen wir mal, anderen Danger haben, der nicht Bigfoot ist. Damit ich halt was anderes diskarten könnte, theoretisch. Und ich wollte nicht mehr als Sechser von spielen, weil einfach der Platz im Deck sehr, sehr, sehr zeit ist. Tatsächlich, weil die Engine sehr, sehr groß ist. Und wir ein paar Drawkarten brauchen. Sprechen wir von Drawkarten. Da ist einmal Geschäfte mit der finstere Welt. Die Karte ist natürlich im aktuellen Format ein bisschen Selbstmord. Aber was sollen wir machen? Wir müssen Karten ziehen. Wir müssen irgendwie an Karten rankommen. Wir müssen Effekte triggern. Also irgendwie müssen wir was machen. Und das ist so die beste Option, die wir jetzt in dem Strucksteck halt haben. Neben halt ins Grab hinabziehen. Die Karte ist noch ein bisschen trickier als die andere. Denn der Gegner kann entscheiden, was er das gerade ist. Das heißt, wir müssen die so ziemlich zum Schluss resolven. Ist also nicht ganz so geil. Aber wir kriegen Informationen über die Hand unseres Gegners. Und das kann tatsächlich sehr hilfreich sein. Und wir bleiben bei Drawpower. Die Tore der finsteren Welt. Der pusht alle unsere Unterweltmonster um 300. Das ist der wichtige Effekt. Nein. Der wichtige Effekt ist, dass wir ein Monster diskaten können. Und dann können wir einmal eine Karte ziehen. Das triggert die Dark World Monster. Und wir müssen einen Dark Monster auf dem Weg durch banishen. Und das ist ganz wichtig. Also ein Fiendmonster. Aber das ist eine gute Karte. Die ist auch nicht von uns per Turn. Dann spielen wir einmal die Archive. Das ist eine sehr gute Karte. Aber die ist von uns per Turn. Und die Karte macht alleine nichts. Es sei denn, wir haben halt irgendwie ein Dark Monster auf dem Feld. Was wir normeln können. Das heißt, ich wollte wieder ein bisschen Bricks reduzieren. Deshalb ist die Karte einmal hier drin. Weil es eine gute Karte ist. Aber nicht so gut, dass ich sie zweimal spielen würde. Das gleiche gilt übrigens auch für die Fusionskarte. Unglaublich gute Karte. Aber die kostet halt logischerweise trotzdem Ressourcen. Kannst natürlich auch Ressourcen zurückgeben. Aber in den schlimmsten Fall könnt ihr sie über Snow suchen. Ich möchte nicht mehr als einen davon spielen. Weil die eigentlich nicht gut ist. Und weil ich will im Aktienformat ein bisschen Spaß haben. Möchten wir spielen mit Kartenzerstörung. Wenn die Resolve, der geht ja nicht ein Tier nahm, hat es Glückwunsch an euch. Aber die Karte brauchen wir in den Weg halt schon. Denn wenn wir die aktivieren, wir triggern zwei Bronze, zwei Snow. Haben wir eigentlich schon gewonnen. Dann für unser Trap Lineup spielen wir dreimal Skill Drain. Denn, ihr habt es vielleicht gemerkt, unsere Monster tun auf dem Feld gar nichts. Außer das Fusionsmonster. Und selbst der ist mit 3300 ziemlich groß. Und wenn ihr in den Friedhof geht, flottet der auch. Also ist eine ganz okay Karte. Aber die Karten, die gehen quasi Hande an die Karten. Also Skill Drain und Dark World, die kennen sich schon seit langem. Und die haben eine sehr, sehr turbulente Beziehung hinter sich. Die eigentlich immer gut ausgegangen ist für die Skill Drain-Spieler. Die Karte ist insane. Gegen 4-6 ist die einfach unglaublich. Schwer zu outen. Dadurch, dass Mina aktuell nicht mehr im Format ist, weil Degavand ist, ist die auch schwerer zu outen, weil viele die Out nicht mehr dafür spielen. Also gute Karte. Und die letzte Karte im Main Deck ist einmal die Bestrafung der finsteren Welt. Das ist zwar eigentlich ein Brick. Und ja, das ist auch ein Brick. Aber die Karte ist so dermaßen powerful, dass ich sie trotzdem spielen wollte, dass ich zumindest einmal im Main Deck habe, falls ich die Karte wirklich halt resolven möchte. Aber an sich eine sehr, sehr gute Karte. Und unser Extra Deck sieht aus wie das hier. Dreimal den hier. Wir haben nicht mehr Extra-Monster bekommen. Das ist halt ein bisschen schade für das Deck. Aber das gibt uns extrem gut und schnelle Möglichkeiten, so ein Deck abzugraden. Wenn wir halt, weiß ich nicht, den auf zwei Karten und dann halt ein paar andere Karten spielen. Aber die Karte ist einfach, die ist insane. Die braucht halt Graffer und ein anderes Dark-Monster, was ziemlich einfach zur Kombischen ist. Mit der Quicksil-Erfügung-Karte können wir theoretisch zwei davon auf das Feld klatschen. Also mit der Deck zu rote Karten ist super easy. Ich wollte euch noch einmal ganz kurz eine zwei Kartenkombination zeigen. Einfach, die euch so ein bisschen Karten ziehen lässt. Das ist einmal die Kombination zwischen Genta und Demir. Das ist einfach von der Interaktion her ganz witzig. Alle vier Sekten, die gespielt haben, ist das vielleicht ganz interessant zu wissen, dass das eigentlich geht. Also wenn wir das so, Genta, wir discarden den für seinen Effekt. Suchen wir uns einmal die Feedspell. Die hier. Dann aktivieren wir die Feedspell. Dann aktivieren wir den Effekt von der Feedspell. Banishen einmal Genta. Discarden den hier. Dann triggert der als Schenig 1, der hier als Schenig 2. Der kommt aus Fels zurück. Der sucht uns einmal ein Level 7 Monster. Nämlich in dem Fall den Graffer, den großen Big Boy. Den hier. Dann aktivieren wir den Effekt. Bonsen den wieder zurück. Jetzt habe ich schon mal den aus Feld. Aktivieren einmal den Effekt. Wir kriegen einmal ein zweites davon. Aktivieren das zweite davon. Banishen den. Discarden den. Und kriegen halt nochmal einen Tor. Also wir haben dann schon zwei Karten gezogen. Weil der Feedspell ist halt die eine Karte. Und dann addest du die eine. Also wir haben uns zwei Random Karten. Und dann können wir Graffer noch was schießen. Falls ihr ihn halt angefangen hat. Das ist eine kleine zwei Karten Kombination. Die jetzt nicht unglaublich gut ist. Aber die jetzt auch nicht kacke ist. Aber da gibt es euch halt zwei Free Karten. Und je nachdem wie ihr eure Hand aussieht. Habt ihr vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Das ist es. Das Dark World Structure Deck. 30 Euro wird. Ist nicht schlecht auf jeden Fall. Klar das ist jetzt nicht das beste Deck was man so spielen kann. Aber. Ich muss sagen. Wir hatten schon schlechtere Structure Decks. Und in Heren das Structure Deck selber ist halt ziemlich gut. Weil wir kriegen die Reprints von so ziemlich allen Karten die wir haben wollten. Und die neuen Karten für das Deck sind richtig gut. Auch für das Deck selber. Wobei die Karte hier vielleicht sogar ein bisschen zu gut ist. Das werden wir noch sehen. Ob das jetzt vielleicht ein Fehler war von Konami. Denn die ist auch sehr generisch. Also semi generisch. Denn T-Elements kann ja Fusion Monster relativ einfach bauen. Wenn ihr mehr solcher 30 Euro Decks sehen wollt. Ich hab mir die ganze Playlist gemacht. Guckt euch die einfach mal an. Da hab ich zu Cyberstrike. Zu den Rainbow Dragon Dingern. Und allen möglichen in den letzten zwei Jahren glaube ich. Videos gemacht. Guckt da einfach mal rein. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao. Leute.